Lieber Stefan, liebes Klack-Theater, ich sitze hier und fühle mich zurzeit ehrlich gesagt ziemlich arbeitslos bis stellenweise sogar nutzlos. Das liegt daran, dass uns alle die Corona-Krise hart getroffen hat. Gerade in diesen Zeiten denke ich umso öfter an diese schönen Abende bei euch in Wittenberg, zweifach, dreifach ausverkaufte Konzerte mit Bell Book & Candle. Und ich hoffe ganz tief in meinem Herzen, dass wir das alle bald wieder miteinander teilen können und miterleben können. Und dass diese Krise bald vorbei ist und wir möglichst alle Unversehrter rausgehen. Wie gesagt, ich wünsche euch viel Kraft und wünsche uns viel Kraft und freue mich auf ein schönes Wiedersehen. Bis bald!